der chef ist hinüber er hat gar keine lust mehr wir haben heute auch bombenwetter hier dieses wölkchen ist einzige seiner art hier auf jeden fall wollte ich ein kleines ansage video machen ich wollte jetzt kein beef anfangen oder was ich wollte euch nur bescheid geben dass das im juli habe ich schon ein paar videos vorgedreht für den juli dort werde ich einfach jeden tag ein video bringen über den hund wie auch sonst auch immer nur mit ein bisschen mehr content bei dem ich mehr erzähler als sonst einfach für die leute die interessiert sind an dem hund oder sich ein beschaffen wollen paar themen ansprechen die ich im internet gelesen habe und die ein bisschen aus den foren raus zu ziehen und da möchte ich euch bitten wenn ihr da noch eine irgendeine idee habt schreibt sie doch einfach runter in die kommentare was ihr sehen wollt oder wenn ihr seht da schreibt irgendjemand was eine frage ja wenn ihr da ein bisschen ahnung von habt schreibt doch euren senf dazu ich habe eine meinung ihr habt auch ganz viele meinungen videos passiert ja meistens auch nicht so viel ne mein chef setzten würstchen oder macht sonst noch was ich glaube da ist die zeit auch dazu da und mal runter zu scrollen und zu gucken was die anderen schreiben und eben dass ihr bescheid wisst nicht dass sie denken was jetzt los keine häufchen mehr ne wird weniger kommen einfach das für weihnachten schon mal vorgesorgt ist nütze ja das nicht so viele an weihnachten denken wo sind jetzt mit dem hund einfach ein bisschen schon mal vorsorgen ein bisschen content auf den kanal bringen bisschen watch time hier na ja auf jeden fall ich und chef werden heute auch nicht mehr alt beziehungsweise er auf jeden fall nicht es ist heiß das heißt der kerl der läuft mit mir eine runde hier ums feld dann ist der hin er wird sich vielleicht noch ein bisschen sonnen ich werde mich auch noch ein bisschen sonnen damit ich nicht mehr allzu weiß bin und ja vielleicht ich weiß noch nicht vielleicht gehen wir ins wasser vielleicht auch nicht mal schauen ansonsten ich glaube schon dass wir noch ins wasser gehen der chef hatte wieder spaß nicht allzu krassen spaß aber ein bisschen und solange der hund dreckig ist ist alles gut in dem sinne wünsche ich euch noch einen schönen abend ja oder einen schönen tag je nachdem wann ihr das video seht auf jeden fall schönes wetter so wie wir da hinten die zwischen ab die sind auch am start und jeff der jetzt ein bisschen was saufen